Als Laie dazu sagst du? Dies wäre einfach zum Wohl. Warte, noch fragen wir deinen Trainer, was sagt denn dein Trainer dazu? Gleicher Meinung, auch zum Wohl. Ja, haben die ja nicht mehr zu sagen, oder wie? Nein, leider nicht. Kriegst du nochmal eine Chance? Das ist wichtig, dass du öfter fährst. Soll ich das sagen? Ja. Geheime Leinwaffe. Okay, okay, warte, ich folge dir ganz unauffällig. Aber sagst du es weiter? Aha. Okay, so, und wie war das mit der Motivation von daheim aus? Ja, das dürfen wir jetzt nicht sagen, das ist noch geheimer. Aber du hast daheim einen Coach, der dir da entscheidende Tipps mitgibt auf dem Weg. Die Freie Moderator, oder? Das ist total. Immer die Bohrerei. Dankeschön. Das reicht schon.